Herzlich willkommen hier mitten aus World of Tanks, eine neue Folge. Haha, mit am Start, natürlich, Bruce. Hallöchen. Und Pascal. Und die Stimme aus dem Office, Patrick, er ist ein Zuschauer. Ist das noch okay? Ich meine, war das noch im Bereich des Grünen? Selbstverständlich, Leute. Es gibt keinen Grünen-Bereich, es gibt einen Tarzen-Bereich. Ich werde es wohl nie wissen, ob ich dieses Replay jemals hochladen werde. Das ist immer so eine Überraschung am Anfang, aber wir geben uns Mühe, dass wir jugendfrei bleiben. Und wir drehen heute eine neue Folge. Die drei von World of Tanks. Ist das jugendfrei gesagt, oder? Äh, jugendfrei. Einstellung, Markierung, eigenes Team. Ich muss gucken, welche Namen ich hier aktiviere, damit ich... Waren wir rechts oder was? Also ich bin das fette, dicke Schwein auf der rechten Seite. Ja, genau. Ich werde tatsächlich auch rechts fahren, ne? Ich habe keine kleine Röschung für uns. Wir kommen aber halt nicht rechtzeitig an dieser Stelle hier. Ihr könnt sowieso auf dem Hill fahren. Ihr lauft ja gegen Sieben, na Junge. Du hast ganz gebrusht, das ist ein geilen Turm. Scheiß drauf, bis ich da bin, sind wir hier oben. Wir werden schon vollgespannt jetzt gleich. Kein Problem, Leute. Oh, yeah. Oh. Oh, ey, hey. Oh, ja, ja. Siehst du das Loch in deinem Bobbock? Ja, das seh ich, das seh ich. Das ist ein bisschen weiß, oder? Wie kommt das? Ich verstehe es auch nicht. Klingt ein bisschen schnell jetzt, oder? Hast du nicht unter Kontrolle? Wollen wir ein bisschen was über meine Bestellung erzählen? M-Links, 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 M-Links. Oh, sie sind links. Da war ein 5GD. Ich und Groß hatten heute ein sehr angenehmes Telefonat. Willst du ein bisschen was erläutern? Echt? Ihr telefoniert ab und zu? Das Spiel, wenn das erläutern ist, ist so wie vielleicht sowas von erläutern. Lassen wir mal, lassen wir mal, Leute. Können wir nachher besprechen, ne? Haha. Fremdschämen 3.0. Oh! Aber es ging um einen Rabatt und der war nicht schlecht. Ja? Ja, muss ich sagen. Oh, guck mal hier meinen ersten Patienten. Ohlalalala. Haha. Na, wo ist er denn? Hm? Hast du mir ihn zugenommen, oder? Ja, er ist ein bisschen dick geworden. Achso, ich hab gedacht, du meinst mich. Ja, dich meine ich sowieso. Da ist noch ein IS-3. Nein, 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 nein. Lass mich jetzt mal da rumfangen. Mann, da ist ein IS-3 hier. Guck mal. Alter. Da vorne kommt was. Wie überraschend. Oh, da kommt was. Wie überraschend. Oh, da kommt was. Das ist Oni und... Und der Bibi. Bibi und Tina. Amadeus und Sabrina. Hey, guck mal, ich hab mal was hier los ist. Ja, da geht die Party ab. Da geht die Party ab. Die Reiten geschwind. Und durch den Wind. Da ist ne Lücke. Guck mal, Leute. Da ist ne Lücke. Da sind sie 95. Und ich... BAM! Schießt ihr ins Head, Baby. Alter! Da ist ne Lücke. Die wollen Geschlechtsakt. Oh, 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 oh. Ja, wer will's nicht. Das ist ziemlich viel. Ja, oh, die sind aber dumm. Die sind schlecht. Ja, das ebenwürdige Gegner. Lass mich jetzt mal arbeiten, okay? Nee, kein Bock. Ich geh weg. Warum schieße ich dem Knurven eigentlich oben rein? Das hat weh getan, Mann, Buki. Du stehst mit dem fetten Arsch einfach nur im Weg, Mann. Ja, sei doch nicht so... Der arme Buki, wie fühlt er sich denn jetzt? Ich weiß egal, wie er sich fühlt. Ich fühle mich ungewollt und äh... Ausgebraucht. Ausge... Leiert. Ausgelutscht? Ja, das wollte ich jetzt nicht sagen. Okay, die Mitte ist einigermaßen sauber, Freunde. Wir kommen mal, okay? Der kommt von hinten. Ja, wir kommen von hinten. Das kommt am besten. Ja, 14 FPS, also. Ja, natürlich, äh... Nicht schlecht, nicht schlecht. Immer noch 14 FPS, jetzt geht's wieder. Danke, WoW Gaming. Let's go. Hier ist ein Ferdinand. Kann man nicht gegen sagen. Ja, aber war der Schuss auch gut. Hier steht 6-2, ob wir das gewinnen. Ich weiß es nicht. Ich weiß es auch nicht. Es liegt in den, äh, sogenannten Sternen. Das... Wollen wir nicht mal tauschen, die Position, dass ich halt daun stehen kann. Das ist so dumm. Nee. Ferdinand. Äh, ich hab ne... Great shot. Also, T25 hatte übrigens, ne? Unter T29. Let's go into the action. Come on, baby. Diese schlechte Englisch ist von mir. Ne, ich laute noch nach. Ach, zu tief, zu tief, Leute, zu tief. Habts gesehen, oder? Ah, Gott. Gesehen nicht, aber gespürt. Tut mir leid. Ich... Ich... Ich mach null Schaden mit HE. Okay, Jungs, jetzt komm. Es hat länger gedauert. Tut mir leid. Du hast noch genug HP oder so? Ja, ja. Ich hab full HP. Ich halte nicht an hier. Ich halte hier nicht an vorne. Und ich halte hier. Ja, komm doch endlich. Aber bin ich doch schon, mein Schatz. Ich mein, ich mag's doch, wenn's länger dauert, aber trotzdem. Komm endlich. Ah, war leid. Schlecht, nicht schlecht, Brust. Schlecht. Gotcha, baby. Gotcha, gotcha. Gotcha, gotcha. Äh, jetzt... Warum bin ich so... Warum bin ich so... Ja, ich muss die IS... Okay, Baby, ich bin full HP und ich fühl mich gut. Äh, wo ist dieser Schussing? Also in die Erde, weil... Warum auch nicht? Let's go into the action. Sehr verehrte Damen und Herren, hier sehen wir echt geiles Gameplay. Oh, ja. Hi, Baby. Siehst du, was ich mit dem T95 mache? Oh, die Sau. Ähm, kannst du bitte nicht deine Kanone in mich reinstecken? Ich war's nicht. Äh, ich glaub ich würde noch sterben, oder? Die macht eine Heilwoll. Das war eine richtig geile Runde, liebe Zuschauer. Ja, aber die fehlten Kill. Die fehlten Kill. Für den Krieger. Oh nein, hab ich wieder versagt. Einmal's gleich. Oh Gott. Oh, was sag ich immer. Das war... Ich hatte viel zu tun in der Mitte, tut mir leid, Leute. Ja, du bist auf den Damage gegangen, nicht auf die Kills. Ja, ja, ich bin wieder... Ich bin doch ein alter Damage. Meine erste Klasse, um Gottes Willen. Wehnacht-Sniper. Ja, ich mein, wir haben ziemlich performt. Vor allem Kill hat ziemlich gut performt, aber... Man hat eine typische Knirven-Runde gesehen. Schön die Turmpansoren genutzt. Also, Boki, was ich sagen wollte. Haben wir noch einen Honey Bunny und du hier heiratet? Sind wir da eingeladen? Wenn wir heiraten, ob du eingeladen bist? Guck mal, ich hab... Du bist mein Trauzeuger. Nein, der kleine... Entschuldigung, Jungs, ich wollte euch nicht unterbrechen. Ihr wolltet heiraten? Äh... Nein, okay. Naja, die Sache ist die... Wir wollen ja Kinder, ne? Okay, okay. Ich hätte gerne uneheliche Kinder. Ja, in Deutschland geht es, glaube ich. Ich hätte gerne eheliche Kinder. Guck mal, ich weiß nicht. Also, wir sollten zuerst heiraten, bevor wir Kinder kriegen. Sie ist anderer Meinung. Ja, wenn sie über Examen... Oh mein Gott! Könnt ihr das nachher mal klären? Im Separé? Ich will noch was zum Knirven loswerden. Jetzt seht mal, ihr habt 3-3, Damage und 5 Kills. Und ich hab nicht mal dritte Klasse. Da seht ihr mal, wie OP dieses Teil ist, wenn ihr den richtig gut spielt. Naja, das ist doch nicht selbst gespottet, oder? Ja, scheiße. Naja, das stand hinter der roten Linie. Naja, wie immer. Naja, wie immer. Naja, ich würde sagen, das ist ganz schön schwer auf dem Ding hier dritte Klasse zu bekommen. Kannst du dich bitte normal verhalten, nur weil du jetzt streamst, also komisch reden? Das ist so... Ich verhalte mich immer ganz normal. Das ist so komisch. Nein! Ich bin gut drauf. Okay. Das ist echt nicht schlecht. Jetzt stellst du mich wieder so hin, als würde ich mich nicht normal verhalten. Ach, Mensch. Ich würde das bitte wann anders lernen. Okay, wir gehen dann separieren. Es ist ja normal, dass YouTube-Stars irgendwann abheben und den Kontakt zur Realität abgehoben und zum normalen Spielerfolg verlieren. Wir haben Funkstörungen. So, mach was rein, du Pfeife. Von mir aus können wir bei 8 bleiben. Ja, von mir aus nicht. Okay, dann können wir bei 9. Wie lassen wir 10? Ne, 9. Langsam hocharbeiten. Langsam hocharbeiten, aber 9? Ach, ihr wollt euch hocharbeiten? Wo denn? Ein bisschen aufsteigen im Hof, ne? Okay, jetzt müssen wir anders machen. Ich meine, wir leisten nicht wirklich was. Wir müssen da vielleicht auf... Auf Deutsch umsteigen, oder? Boah. Der ist zu stark. Nur deutsche Panzer sind wahre Panzer. Okay, Leute, ich spiele jetzt nur die, die ich wirklich spielen kann. Das ist nicht deutsch. Doch, ein bisschen Fantasie, bitte. Die Angelsacken haben ja auch was deutsches. Wir haben die gleichen Vorfahren. Huitaiul. Pfff. So. Okay. Ja, da kann ich jetzt aber kein... Hahahaha. Komm, jetzt 3 Artis und eine offene Karte. Yeah. Oh yeah. Yeah. Ich hab den Konk auf dem Accounting und der andere Account ist noch gebannt, einen Monat. Äh, und wie ist das passiert? Nein, du bist gebannt! Skandal! Das weiß YouTube noch nicht oder was? Nein! Du bist gebannt, mein Gott! Ich wurde ja zwei, zwei Monate wurde ich gebannt. Hab ich's gerade gesagt, jetzt noch offene Karte und 2 Artis? Aber es sind nur 2 Artis. Dann ist ja alles gut! Dann stellen wir uns hier hin und können Artis selbst spielen, oder? Ähm, die Frage ist nur, können wir hier Artis selbst spielen? Ich würde tatsächlich auf dem Hillhof fahren. Aber was wir noch kurz bemerken müssen ist, einer von uns hat keine Gunmark. Ja, das bin definitiv ich, weil ich einen Scheiß... ähm, ich bin einem blöden Chinesen-Fab. Ehhhhh. Also, der... hier hin oder was? Äh, nee, ich hab keinen Bock auf'n Conway in den T30. Fahren wir auf den Hill, pushen in den Hill. Schau, wie groß ich meine Kanone hochkriege. Hmmmm. Schon ziemlich hoch, ne? Na, sag ich mal. Ja, echt, ja. Guck mal, ja. Guck mal, ja. Uh, oh yeah. Der Armevogel. Hahaha. Na, die Stimmung stimmt schonmal, Leute? Für ne Nuller-Runde. Leicht angetrunken, perfekte Stimmung. Mensch, Bruce. Ach, scheiße, ich hab gar nicht so viel Munition dabei, ich soll das mal lassen. Boah. Als ob das die Runde deines Lebens wird, wo du jede Munition brauchst. Na, ich baun's halt überall, ne? Achso, ja. Wir sind wach, wir sind... wir sind da. Bezähl mir mal, wo du am E-75 baust. Wir sind da, aber warum killst du da hinten? Wie kommt das? Du hast mich aufgehalten. Ah. Lalalalalalalala. Da müsste man reinschießen beim Kong. Mit dem Berg kommt er schneller hoch, mit dem besseren Motor. 120 Durchschlag auf der HE, hab ich gewusst. Ich krieg dich. Und der Kerl trinkst du, wie soll das nicht so beräuschen? Ich krieg dich. Guck, jetzt ist er wieder so langsam. Hast du den kleinen Motor noch drin? Ja, uh, das ist in meiner Position, der muss weg. Ich hab den Super Kong, ja. Na, Boogie, du hast ihn noch auf den Account. Ja, aber das ist in meiner Position. Das stimmt schon irgendwo, das Kern hier. Aber der Udis ist auch stark in der Position. Vielleicht sollten wir ihn erstmal arbeiten lassen. Ne, ne. Der Type 61 könnte in den Busch hier stehen. Der Type 61 steht das scheiße. Ich bin nicht offen, als ich werde ihn nicht in den Busch stehen. Hallo Baby. Wenn hier die Art hier reinhält, macht ihr das Spiel ihres Lebens. Oh, ja guck mal da. Ein Po nach dem anderen aufgereiht. Guckst du dir an? Die sind ja nur zwei Artis. Wie klein zu dich schießen sind wir leider ziemlich im Aschwerk. Wie so vier Puppertiere am FKK-Strand. Find's geil, okay. Wer findet das nicht geil? Oh, der ist aber lieb. Guck mal ja auf den Platz. Herr Udis, schieb ihn weg. Ja, aber Udis kennst du das, okay? Ne, der nicht. Der Batzen ist auf meiner Position. Ich mag den das nicht mehr. Das ist links, kriegt man ihn nur rein. Oh, ja. Wenn er leid wird, dann ab und zu bekommt man ihn rein. In der Tat. Oh, da sind Häuser. Ja, schieb ihn weg. Oh, fast. Mon dieu. Der eckt ein bisschen, oder? Geht ihn doch. Nein, das ist ein Download, der im Hintergrund läuft. Lalalalalala. Ne, dann habe ich passiert tatsächlich. Ich habe das irgendwie geschafft. Eigentlich weh. Ich habe irgendwie keinen Schuss rauf bekommen. Komm 49, komm mal nochmal auf. Da ist er da. Da ist er. Da ist er. Scheiße. Das war so ein schlechter Schuss von mir. Ich bin sogar offen. Ich werde sterben. Oh Gott. Ich sterbe auch. Oh je, oh je, oh je. Hat ziemlich wehgetan. So ziemlich wehgetan. Jetzt nimm ihn raus. Komm. Äh, das ist aus meiner Sicht heute. War da 50. War ein Blindshot auf die Punkte. Also übrigens, die 3 ist da unten in den Büschen hinten. Ich bin nur ein Thorn von der 50 geboren. So deutsche Panzer hat einfach zu viel Panzerung, okay? Hä, ich kriege ihn nicht mal. Also ich bin ein Chineser. Ich muss ja 3 Meter davor stehen, dass ich was treffe. Oh Leute, das sieht nach einer erfolgreichen Runde aus. Daumen hoch dafür, bitte. Wir werden definitiv nicht angepingt vom Leopard. Wir werden aufhören zu streamen müssen. Oh je. Ah lecker. Da war der Popo, hä? Ich schiefe die auf Blender hatte. Das ist genau meins. Oh, 520 Ton kaputt. Mein Gott, Kong, jetzt lass mich doch nicht im Stich. Der Ladeschütz ist auch tot. Yeah. Oh. Manchmal muss man Zwiegespräche führen. Ups. Ich war nicht einmal offen. Da war der Chinese tot. Komplette Nullerrunde, ich war nicht einmal offen. Ja. Also der T30 steht noch immer da unten und snipet hoch. Da kann ich alle reinkriegen, weil er geschlechtsaktiv ist. Die Runde ist vorbei. Ne, ihr habt zwei Kong, zwei Briten, ich carried das. Und mich bestimmt, dass ich wäre Pessimist. Wisst ihr auch. Ja, das ist definitiv besser als meine. Der Utes hat auch einen T30 kassiert. Ich habe gerade am T26E5 Wachbrust. Ja. Jetzt ist der Kommandant tot. Also meine Sichtweite ist jetzt nicht mehr so geil. Sie geht bis zur eigenen Kette. 1 zu 4, das Ding kommt nicht durch. Ja, schöner Schuss. Oh, danke. Du musst dich auch mal loben. So, und wenn euch die Leute auf den Sack geht, dann müsst ihr einfach das rote X drücken. Zack. Und dann können sie euch nicht mehr anfangen. Sag mal, Kjell, für wen streamst du eigentlich? Ich meine, wir müssen gestern angefangen haben zu viel. Okay. Ich habe auch viele Anfänger auf dem Kanal. Das darf man nicht vergessen. Also. Wie viele Abonnenten hast du jetzt, Kjell? Ich glaube fast 80 bald. Ich kann immer was lernen, okay. Und wenn, ja, es kommen viele. Ich bin in der World of Tanks Gruppe, Deutschland, Facebook. Und kommen immer wieder ein paar neue dazu. Ich begrüsse euch. Abonniert, wenn ihr es noch nicht getan habt. Aber die Glocke würde ich nicht aktivieren, okay? Nein. Das ist eh Humbug mit der Glocke. Ah, da guck mal. Soll ich mal vorfahren? Was meinste? D25, lass die doch. Außerdem ist da links wieder was. Das gehen wir nicht rein. ATIAT. Landgewicht. Ja, so eine schöne Runde, oder? Wahnsinn. Ja, macht Spaß. Also das lohnt sich. Erzähl doch mal ne Geschichte. Ne Geschichte. Bubi erzähl mal ne Geschichte. Soll unsere Zuschauer Spaß haben. Oder nicht. Patrick, hast du lieber ne Geschichte? Nein, die Geschichten sind definitiv nicht jugendfrei. Ja, meine Geschichten sind leider auch nicht jugendfrei. Na gut. Beste YouTube-Kanal. Das weiß ich doch. Ich bin offen. Komm her, Kerl. Ich bin offen für ATI. Erzähl euch eine Geschichte über das... Nein, nein, weg von mir. Die ATI ist auf der Taubung. Woher du bist? Die Österreicher haben hier erfunden. Scheiße, jetzt krieg ich den Hit ab, ey. Also wenn ihr in Geschichte gefragt werdet... Wer hat das Bier von uns? Sagt einfach die Österreicher. Oh, Pascal, wie bist du denn auf unseren Kanal gekommen? Mein Fahrer ist Totmann. Äh, ich hatte ein, zwei Bier zu viel. Und hab halt Queerlefans eingegeben, weil ich mit dem Kopf über die Tastatur gerollt bin. Okay, das ist ein Argument. So finden die meisten meinen Kanal. Das war ein bisschen zu ehrlich, jetzt geht's, okay? Wie ich dann die Stimme von Bruce gehört hab, da... Du bist daheim. Da hab ich mich so wohl gefühlt und heimisch. Der Bruce kriegt's wieder besagt. Ja, du magst die ATI. Er wird aber nicht die Pose wechseln, ne? Er bleibt da stehen. Ich hab die Schnauze so voll, Mann. Wie stößt sich die Klippe runter, Junge? Stößt sich. Guten Abend. Guten Abend. Guten Abend. Hallöchen. Das war unser privater Führer. Wer war denn das eigentlich? Erik, würd ich sagen. Der Bruce war fast zu hin. Du hast deine Panzer und du hast deine RB. Wo ist der AMX jetzt? Da war doch ein AMX. Ey. Richtig. Ey. Nein. Hör auf, du Sau. Scheiße, der ist zu fett. Hör, was soll denn das jetzt heißen? Oh Scheiße, hab ich die Minimap zu groß. Warte mal. Nimm mal diese Knöpfe. Ich verstehe. Ich schieße mal das Haus kaputt. Theoretisch. Die armen zwölf Kinder, die da drin haben. Das war ein Waisenhaus. Ah, guck mal da. Ja, hab ich mir gebounced. Nicht schlecht, nicht schlecht. Die 30er hat mich übrigens rausgenommen und so. Ja, das hast du einfach gesagt. Ja. Die ist noch eine Penge. Also die Art, die reuniert das Game sicher. Definitiv nicht. Nicht schlecht, nicht schlecht. Dafür ist der 20er gemacht. Ja, ja. Achso. Ja. Ja, der hat sogar noch HP. Ja, er nutzt ihn nur nicht, weil so ein Panzer noch mehr Kratzer kann. Richtig. Jetzt den Hillhammer eigentlich. Warte mal. Ich fahr mal hoch. Kannst du mal gucken nach dem Burschen hier? Nee, nee. Fahr mal vor, Bursch. Guck mal. Guck mal. Guck mal. Guck mal. Guck mal. Ich mach ihn jetzt mal auf und oben. Nee, lieber nicht. Dann bin ich auch offen. Ach Leute, dieses Sichtsystem in World of Tanks ist für sein Buch mit sieben Siegeln. Ja, das geht vor. Schaut mal Leute, der hat Eier. Ja, ich hab keine Eier oder was? Das hab ich jetzt nicht damit zu sagen, man. Mhm. Jetzt sei ich traurig. Der Arm X, der muss da ja noch sein. Der kann er hinten nicht mehr rausfahren, wenn ich das richtig in Erinnerung hab. Deutsche Panzer, ja. Oh mein Gott. Hey, da war ich offen. Ja, das war's mit Kirl. Aber Bruce lebt ja noch. Bruce macht das, ja. Wo ist er denn? Ach so. Wir können mal gucken, ob das tief genug ist, um sich zu erträgen, okay? Okay. Nein, ich glaub nicht. Nein, sicher ist das tief genug. Ich hab mich da schon mal erträgt. Leute, das ist World of Tanks. Grad eben ne super Runde gehabt und jetzt so abgekackt. Aber so ist es halt. Wir müssen leben. Die Runden sind ausgeglichen. Ja. So, dann haben wir wieder Schlussabonnenten verloren mit der Runde. Oh fuck. Ja gut. Okay, haken wir ab. Ist das auf der, wenn die Arz ihn da trackt. Naja, gut sind die euch. Naja, Leben ist... Irgendwann nicht noch? Oh, egal. Da stehen wir drüber, Jungs. In meinem Fall schon, ja. Boah Gott sagen. Nun spielen wir ein bisschen Fahrstuhlmusik ein. Da-da-di-da-di-da-di-da. Oh. K91. Was gibt's dazu zu sagen, Pascal? Was gibt's dazu zu sagen? Das ist flach. Äh, Scheiße. Ah, das ist der TPM, aber das wars. Da hab ich die schnellste Geschossgeschwindigkeit im Spiel, kann das sein? Ja. Oh, da hab ich ja richtig mal... Ha, okay. Na dann kann man auch ganz tiefen Schublade jetzt. Ja, 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 da gab's... Also, hast du den Leopard schon oder was gehört? Nein, mir fehlen noch 3 Millionen. Nach dem heutigen Abend wahrscheinlich wieder 4. Er hat mal einen Credit-Boost an. Hab ich nicht. Oh Gott, selbst sowas hat er nicht. Aber das ist wieder ein Grund mehr, den Kampagnen zu spielen. Da fährst du Credits. Ja... Ja, das wird zu kompliziert, da muss ich auch aktivieren. Ja, der ist vor zwei Wochen herausgefunden, wie das geht. Eben. Der große YouTube-Star. Grindelstuck. 32.000 Gefechter. Aber, ihr... Kann man ganz leicht lösen, das Problem. Ihr könnt meinen Kanal sehr gern supporten. Also... Fragt mich nach der PayPal-Adresse. Könnt ihr mich supporten? Oder teilt meine Videos, liked sie, ne? Wofür gibt's jeden Tag... Äh... Ringsrouladen, 3 Artis. Wieder mal. 3 Artis, ja. 3 Artis, aber ich bin leid, ich mach Licht für die ganzen Artis. Oh yeah. We are going to get raped. Okay, Baby. Wir sind ja nur 3 Artis, nicht so schlimm. Okay, wir fahren rechts oder links? Ich fahr in die Mitte. Oh, okay. Oh, ja, wir gucken mal, wen wir da haben. Oh, zwei Gunmarks auf dem T95 zu schaffen. Lalalalalala. Das muss man erstmal hinkriegen. Lalalalalala. Wer ist das? Eieieiei. Achso, warte mal, ich fahr zu dir. Mach das lieber nicht, weil da fährt keiner hin, das wüsste ich auch nicht hin. Ne, verzähl ich dir. Ja. Das T... Aber das ist wirklich... Den haben wirklich meistens nur gute Spieler, den T95, ne? Hm, naja. Ja, ja, TV, bis auf den einen, du kannst ja neulich auf der Karte. Da zwei Gunmarks zu schaffen, ist schon was. Also, ich geb ja eigentlich einen Scheiß auf Gunmarks, aber das ist schwierig auf dem. Ich glaub, du brauchst 5.500 oder 6.500 von mir jeden Schafen. Ja. Action X ist mit mir gesported. Da muss so richtig gut sein, ne? Ja, für die dritte brauchst du, glaub ich, 7 oder 8.500. Oh, Alter. Ich kann Buggy nicht alleine lassen. Ich kann das nicht. Ich muss ihm helfen. Er ist nicht allein. Ich kann den Bub nicht alleine lassen. Äh, hier rechts hat den GBR. Best Panzer rauszusnipern. Okay. Baby! Oh, nicht schlecht. Ich hätt ihn fast getroffen. Ich hab's probiert, Buggy. Passiert kein, dass ich nicht getroffen bin. Jetzt aber! Hehehehe. Ich muss ihn mal rausnehmen, sonst... Mach nämlich gleich von hinten ab. Okay, jetzt ist er fast tot. Komm, Leute. Ihr schafft das. Jaaa, good job. Oh, die Grille hat mein Hauptgeschütz zerstört. Wo ist diese auch? Ah, da drüben. Ja, ist das... War auch Server oder ich? Ähhh... Ich hatte grad nen kompletten Ping-Einbruch. Ne, ich hatte nix. Ja, wieder. Hast du die Aussetzer öfters? Ne, eben nicht. Hast du da mit deinem Neurologen schon drüber gesprochen? Ne, das erklär ich auch, dass alles okay ist. Oh, da ist doch ne Grille. Ja. Ich hab null Spot. Ich hab so viel aufgemacht am Anfang. Was soll denn das scheiß? Ey, Superkong, was ist mit dir verkehrt eigentlich? Ja. Da kommt ein Leibniz in die Mitte. Ja, ja, ja. Baby ich da. Ich bin da, ich bin da. Ah, okay. Das hat wehgetan. Sind doch da für sich. Na, jetzt hab ich's los. Na, da kommt ein Kranwagen. Wir sind sowas von am Arsch. Alright. Ich hab ihn getrackt, okay. Ich hab ihn getrackt, okay. Ich hab ihn nicht getrackt, okay. Ich hab ihn gelogen. Ne, das will ich. Ich unterstütz meinen Superkong. Nimm ihn raus jetzt. Ne, ich krieg ihn jetzt nicht mehr. Ah, ihr seid. Kriegst du ihn raus? Ne, kriegt er nicht. Stirb! Ich hab dich gerecht. So, ich werd tatsächlich versuchen, nachdem schon 5 Gegner raus sind, die Planke ein bisschen zu spotten. Also es geht gar nicht. Wenn einer von uns gekillt wird, dann muss ich immer rächen, Leute. Ja, das ist am besten jetzt ein vorher gekillte Welche zum Spiel. Aber nein! Kreist der auf? So, dann kommst du auf. Wenn dir. Ich mach braun schon auf. Okay Pascal, ich komm mit. Nee. Wir machen sie nackig. Nee. Nicht? Okay. Ich hab das Gefühl gehabt, wir machen sie... ...lackig? Ist die Gretner raus? Ach, ich krieg sie nicht rein. Der steht dahinter irgendwo hinter einem Misthaufen. Oh, er kommt hoch. Ich bin bereit. Leopard flüchte. Leopard flüchte. Renn um dein Leben, mein Freund. Renn um dein Leben, mein Freund. Renn um dein Leben! Ich dachte, das stimmt. So, ist da noch irgendwas? Nee, es leben nur noch 4 Gegner, 3 davon sind drücken. Leopard ist da und die Art ist okay. Das da ist nur noch der Leopard auf der Seite. Wir können versuchen bis zu der Art ist durchzukommen. Soll ich mit dir mitkommen? Nee, ich hab Support unsere Basis, ja. Am besten stellst du dich da hinten hoch. Nee, mach ich. Ich bin auf jeden Fall offen. Erst der Leo wird da oben irgendwo drinnen sein. Wie ich vermutet hatte. Scheiße, ich komm hier nicht hoch. Aber hier ist okay, hier ist ein kleiner Busch. Ich bin abgeprallt am Leo, so muss das. Der Leo ist, glaube ich, One-Shot, kann das sein? Nee, für mich nicht. Ich kann ihn aus DPMen. Apex-140 hab ich gefunden. Voll HP. Ja, ist natürlich jetzt... Genau wie ich. Ja, aber du willst ja nicht... Äh, ich brenne ja durch die AT. Ich denke, ich soll die Base-Bit verteidigen, also... Ich glaube, die AT, ja. Ich hab keine Info, der 60er kommt oder der Centurion noch. Denk ich mal. Oder sind sie noch umgedreht? Die... Ja, ich... Ich, äh... Ja. Hä? Motor raus, Monilager raus, Funkgerät raus, Treibstoffdank raus. Ja, der hat mich angesunden. Okay, geh safe, babe. Das heißt, ich bin ziemlich... Ich würd... Ein bisschen, äh... Rückzug machen. Auch wenn die AT ist, vielleicht für mich schon ein Reichwerter werden. Ich muss da jetzt echt auf Zeit spielen, weil ich muss... Ich hab nur das kleine Reparatur-Kit dabei, ne? Ich muss alles extra reparieren. Okay, sie sind umgedreht. 60 dB ist alleine da drüben, ne? Ich werde tatsächlich, äh... den Motor reparieren. Schaffst du ein 60 dB für die HB-Harte, ne? Äh, schaff ich nicht ganz. Komm jetzt! Mann! Ich bin... I'm running, aber ich... Okay, so wie 60 dB denn immer... Oh shit, jetzt hört er mich. Oh, Jesus Christ. Er hat mir nicht mehr viel, oder? Ja, meine Fresse! Mann! Ja, ist okay. Weißt du, was ihn gerettet hat? Die scheiß Artie. Die hat mich gekettet. Die Artie wird vielleicht rausnehmen, schauen wir mal. Vielleicht komm ich noch weg. Ja, ja. Sonst wäre er tot gewesen. Ich muss echt passiv haben. Ich werde tatsächlich ganz nach hinten. Naja, würde ich auch. Weil der Super Conkey ist auch One-Shots. Die Artie hat ihm voll gerettet, ey. Die Artie, wie gesagt, die Artie hat mir, äh... 1100 Schaden gedrückt. Scheiße, was sind das? Ah, noch zwei Klicker auch noch, ja. Jep. Die eine Artie hat mich nämlich angezogen. Der eine kann recht gut klicken. Nicht schlecht, nicht schlecht, ja. Mein Gott, ey. Das ist eine spannende Runde. Ich war... Ja, eben. Er hat mir, glaube ich, einmal 700, 800 gedrückt. Ich war Full-HP und dann hat er mich noch... Oh, Mann. Wegen dem scheiß Klicker, ey. Das ist riskant gewesen. Ganz ehrlich, ich habe ein 200er-Berb, das war nicht mal Absicht. Mhm. Oh, das ärgert mich, Katz. Was ist denn los? Ich mache mal mit den Händen das Internet raus. Vielleicht ist... Sonst muss ich nach der Runde mal... Oder nach der Aufnahme halt... Oh, Vorsicht. Ja, jetzt lecken wir alles. Jetzt fickt dich die Artie. Nicht nur die Artie. Vielleicht 140. Ja, äh... Oh, das war jetzt ein ärgerliches Spiel, oder? Obwohl, sie haben wir nicht verloren, aber ich glaube nicht, dass wir das schaffen. Super Conker ist einfach zu langs, um dass sie der Artie ausweicht. Ja. Ich bin angeschrieben worden. Ich mag knappe Spiele, aber solche Spiele machen... ...deleit your account and then your clan... ...your worthless... ...haha, ja, na, 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 na... Bepepepepep, lassi, lassi. Äh, redarded ppppp, be polite this... ...your whole tune is nothing more than a waste of breath. ja das ist böse aber jetzt müssen wir nicht heulen gehen oder er hat es doch doch so ist aber jetzt gemacht ist ich mache das was er gesagt hat sich erlittet den account nein ich bin auf dem zweiten account für mich hat er bestimmt auch angeschrieben wo sie ziemlich lang urinieren wenn wir keine ahnung bruce die da ist noch immer im klo nicht dass er stecken geblieben ist ja nichtsdestotrotz leute diese art spiele sind zwar besser wie diese zwei minuten spiele aber trotzdem ärgerlich wenn man sowas verliert habt ja gesehen in kompetentiven spieler hätte natürlich noch ausgenommen ich habe das zweite mal schlecht geäumt aber ist egal ich habe tatsächlich eine mission abgeschlossen ich habe eine marke gekriegt endlich ich würde sagen wir beenden mal hier die aufnahme schön dass ihr dabei gewesen seid ihr zwei bruce lang auf dem klo gewesen aber jetzt wieder am start wenn ihr wollt abonniert gern wir suchen immer ein paar leute für unseren clan in der sache ja bruce und pascal sind irgendwann auch wieder in unserem clan denke ich also ist das nicht danke fürs mitfahren aber nicht besser machen ich habe einen par DA was du wie sie ich u und Là�